Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zur neunten Folge von Minecraft Schnell und Einfach. Heute werde ich euch schnell und einfach erklären, wie man in Minecraft eine Netherfestung finden kann und damit wünsche ich euch viel Spaß. Eine Netherfestung zu finden ist in Minecraft extrem wichtig, denn nur hier kann man Lohin finden und die Lohin braucht man zum Beispiel, wenn man ins Ende gehen möchte und man braucht sie auch, wenn man brauen möchte. Außerdem geben sie doppelt so viele Erfahrungspunkte, wie die meisten anderen Monster, das bedeutet eine Erfahrungspunkte Farm würde sich hier halt quasi doppelt lohnen und ich habe übrigens schon mal ein Tutorial gemacht zu so einer Lohin XP Farm, falls euch das interessiert, ist in der Beschreibung verlinkt. Aber wie findet man jetzt schnell und einfach eine Festung? Um eine Netherfestung zu finden, muss man natürlich erstmal in die Hölle kommen, das bedeutet ihr braucht ein Höllenportal und müsst halt in die Hölle gehen. So, das nächste was ihr tun müsst ist in der Hölle ungefähr auf Ebene 60 bis 100 zu sein, denn zu hoch können die Netherfestungen nicht spawnen, das bedeutet über 100 ist das sehr unwahrscheinlich und unter 60 ist das auch sehr unwahrscheinlich und das bedeutet manchmal, wenn man halt ein Höllenportal baut, dann ist man relativ weit oben gespawnt oder sehr weit unten und da solltet ihr halt gucken, dass ihr ungefähr auf Ebene 60 bis 100 kommt und dort dann eben anfangen zu suchen. Wenn ihr nun in der Hölle angekommen seid und ungefähr auf der richtigen Ebene seid, dann kann ich euch zwei sehr gute Taktiken empfehlen, die ich auch selber immer benutze, um eben so eine Netherfestung zu finden und Taktik eins ist es Tunnel zu graben. Ihr geht also ungefähr auf Ebene 70 und fangt einfach in irgendeine Richtung ein Tunnel zu buddeln. Das habe ich nämlich auf unserem Server zum Beispiel sehr oft gemacht, weil ich halt mit verschiedenen Netherportalen halt unsere verschiedenen Bases quasi verbunden habe und dafür brauchen wir halt Tunnel, damit man hin und her reisen kann. Und ich habe wirklich bei jedem Tunnel, die waren ungefähr so 1000 bis 1500 Blöcke lang, ich habe bei jedem einzelnen Tunnel zwei bis drei Netherfestungen gefunden. Also ich kann nicht erklären, wieso das so ist, aber es ist einfach mir aufgefallen, dass es halt unglaublich wahrscheinlich ist, wenn man einfach ein Tunnel baut für sagen wir mal 2000 Blöcke, dass man da auf jeden Fall eine Netherfestung findet, ist eigentlich schon quasi gesichert. Ich habe dafür keine Stats oder so, die ich euch sagen kann oder keine Statistik oder so, aber es kommt mir zumindest so vor. Und die Taktik funktioniert halt super gut, weil man eben diese Blöcke auch sehr schnell abbauen kann. Das bedeutet, mit einer verzauberten Diamantspitzhacke zum Beispiel kann man halt diese Blöcke extrem schnell abbauen und kann halt auch wirklich extrem schnell diese 2000 Blöcke dann hinter sich bringen. Und die zweite Variante, die ich euch noch zeigen kann, das ist die Variante, dass ihr euch ein großes Lava-Meer sucht oder halt einen großen Lava-See und dann einfach am Ufer entlang läuft, weil wenn ihr am Ufer entlanglauft habt ihr nämlich die Möglichkeit extrem weit zu gucken, also je nachdem mit welcher Sichtweite ihr natürlich spielt, aber wenn man jetzt eine weitere Sichtweite hat, kann man natürlich sehr weit gucken und hat halt so die Möglichkeit halt einen riesigen Bereich zu beobachten und zu gucken, ob es da eine Festung gibt. Und wenn ihr jetzt irgendwie ein paar 50, 100 Blöcke oder so entfernt eine Festung seht, könnt ihr euch natürlich einfach rüberbauen und dementsprechend habt ihr halt hier die Möglichkeit mit sehr wenig Aufwand sehr schnell sehr viel von der Hölle einfach zu beobachten. Und es gibt sowieso so eine Vermutung, die ich gelesen habe, dass halt innerhalb von, also wenn ihr das erste Höllenportal baut, seid ihr ja ungefähr bei den Koordinaten 0,0 und die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb von den 1000 Blöcken Radius einmal drumherum eine Netherfestung sind, soll halt sehr hoch sein. Und dementsprechend, wenn ihr halt einfach so ein bisschen rumlauft, könnt ihr halt einen riesigen Bereich schon abgucken und dementsprechend müsste da halt theoretisch irgendwo eine Netherfestung kommen. Allerdings habe ich zu diesen Zahlen natürlich auch wieder keine Statistik oder keinen Beweis dafür. Das ist mehr so ein Gefühl, das ich halt auch teilen kann. Und worauf ihr auch noch achten solltet, sind Geräusche, denn ich habe ja eben erzählt, dass Blazes nur in Netherfestung spawnen können. Und das bedeutet, wenn ihr irgendwo Blazes hört, aber die Festung nicht seht, solltet ihr vielleicht mal ein bisschen graben oder so oder euch ein bisschen genauer umschauen, weil Blazes halt wie gesagt nur in Netherfestung vorkommen können. Das bedeutet, wenn ihr sie hört, muss da auch eine Netherfestung sein oder zumindest in der Nähe. Und dementsprechend solltet ihr halt auch auf jeden Fall mit Zaun spielen und auf sowas halt achten. Und des Weiteren solltet ihr auch am besten die Koordinaten von eurem Portal aufschreiben oder irgendwelche Wegweiser platzieren, damit ihr euch in der Hölle nicht verlauft. Das ist mir früher immer passiert, da hatte ich nämlich einen schlechten Computer und konnte halt nicht so weit gucken. Und die Hölle sah auch irgendwie immer gleich aus für mich damals. Und dementsprechend habe ich mich halt oft verirrt und das ist natürlich blöd, wenn man sich dann irgendwie umbringen muss, damit man irgendwie wieder nach Hause findet. Und dementsprechend, wie gesagt, am einfachsten Koordinaten aufschreiben. Ansonsten halt Wegweiser platzieren oder halt noch ein Portal mitschleppen, also 10 Obsidianen und ein Feuerzeug, damit ihr halt im Notfall noch aus der Hölle rauskommt. Und das waren so alle Tipps, die ich habe. Die müssen eigentlich funktionieren. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Feuer in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.